Karriere als Kaufmann für Bürokommunikation. Hi, Patrick Grabowski hier vom Digitalen Weiterbildungsinstitut und in dem Video sprechen wir darüber, wenn du jetzt die kaufmännische Ausbildung zum Kaufmann, Kauffrau für Bürokommunikation gemacht hast, welche Möglichkeiten du danach noch hast, beruflich dich weiterzuentwickeln. Es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten und wir sprechen in diesem Video über die gängigsten und Bekannten. Das heißt, du hast natürlich die Möglichkeit, einfach zu arbeiten und versuchen über deine Ausstrahlung und über dein Fachwissen irgendwie ohne Qualifikationsnachweis an eine höhere Position zu kommen. Ich sage mal, das ist in kleinen Unternehmen vielleicht noch heutzutage möglich, in mittelständischen oder in größeren Unternehmen wird leider immer ein Qualifikationsnachweis benötigt. Welche Qualifikationsnachweise hast du denn da? Du hast die Möglichkeit natürlich zu studieren. Das heißt, du könntest dich an eine Hochschule einschreiben, müsstest vielleicht noch die Fachhochschule machen zwischendurch. Das dauert vielleicht noch ein halbes Jahr bis ein Jahr. Dann könntest du drei Jahre studieren, könntest das Ganze dual machen oder Vollzeit. Da würdest du halt gar kein Geld verdienen. Ja, und wenn man sich mal einmal ans Geld verdienen gewöhnt hat, dann nochmal drei oder vier Jahre darauf zu verzichten. Das kann ganz schön hart sein. Vielleicht bist du auch schon mitten im Leben, hast eine eigene Wohnung, hast vielleicht ein Auto, hast einen gewissen Lebensstandard, dann ist das gar nicht mehr möglich. Aber in Deutschland hast du die Möglichkeit, dich auch über eine Aufstiegsweiterbildung weiter zu qualifizieren und auf dieselbe Niveaustufe wie ein Bachelor zu kommen. Und das zeige ich dir jetzt in dem Video. Wir sehen hier eine wunderschöne Grafik. Die Grafik ist die sogenannte DQR-Grafik. Ja, das habe ich nicht erfunden. Das ist bekannt. Deutscher Qualifikationsrahmen. Das ist eine Pyramide, sage ich immer, mit verschiedenen Niveaustufen. Es gibt halt verschiedene Niveaustufen, Stufe 1 bis 8. Und wenn du jetzt eine Ausbildung genossen hast, die drei Jahre ging, dann befindest du dich halt hier auf dieser Qualifikationsstufe 4. Hättest du jetzt eine Ausbildung genossen, die keine drei Jahre geht, sondern nur zwei Jahre, wärst du halt auf dieser Niveaustufe 3. Und du siehst halt, umso mehr man sich gebildet hat, desto höher kommt man nach oben. Und deshalb ist es zum Beispiel so, dass wenn man ein Bachelorstudium genossen hat, dann ist man auf dieser Niveaustufe 6. Das Besondere ist aber daran, dass du halt auch über eine Aufstiegsweiterbildung Karriere machen kannst. Das heißt, du hast die Möglichkeit, so dich auch weiterzubilden. Du hast die Möglichkeit, einen Wirtschaftsfachwirt zu machen, einen Industriefachwirt. Da hast du nämlich die Möglichkeit, durch diese Aufstiegsweiterbildung aufzusteigen und auf die gleiche Niveaustufe wie ein Bachelor zu kommen. Damit hast du dann halt viel, viel bessere Karten im Berufsleben, weil du hast eine Ausbildung, du hast schon mal mehrere Jahre gearbeitet, praktische Erfahrungen gesammelt und zusätzlich hast du dann nochmal dieses gleiche Fachwissen wie jemand, der studiert hat. Das heißt, du bist jemand, der nicht nur die Theorie kann, sondern auch jemand, der die Praxis beherrscht. Und wenn du dann Mitte 20 bist und du hast 5 bis 10 Jahre Berufserfahrung, hast praktisch dann auch zusätzlich den Fachwirt gemacht, bist du auf derselben Niveaustufe, dann bist du wesentlich attraktiver als jemand, der 5 Jahre studiert hat, der noch nicht mal eine E-Mail geschrieben hat, der noch nicht mal irgendwie einen Brief mal gefaltet hat, der noch nicht wirklich was gemacht hat, der auch gar nicht weiß, wie es sich anfühlt zu arbeiten. Aber wenn du, sage ich mal, mehrere Jahre die Ausbildung genossen hast, du warst immer zuverlässig bei deinem Arbeitgeber, dein Arbeitgeber kennt dich, der weiß, du bist diszipliniert, sorgfältig und du bist zielstrebig, weil du dann noch mal eine Weiterbildung machst, eine Aufstiegsweiterbildung, das Ganze berufsbegleitend, dann signalisiert das schon ein ganz klares Signal an den Arbeitgeber. Dann hast du die Möglichkeit, beruflich in dem Unternehmen aufzusteigen. Falls nicht, falls es da keine Aufstiegsmöglichkeiten gibt, hast du natürlich auch die Möglichkeit, dich extern auf dem Arbeitsmarkt umzuschauen und hast dadurch, weil du auf dieser Niveaustufe bist, viel bessere Möglichkeiten, weil du halt einfach besser qualifiziert bist. Du musst dich ja auch fragen, wenn du dich irgendwo bewirbst, dann ist es wichtig, dass du für die Stelle geeignet bist und umso mehr Verantwortung eine Stelle hat, desto wichtiger wird der Bildungsabschluss. Also als Beispiel, wenn du halt eine Stelle hast, wo du 4.000, 5.000 Euro brutto im Monat verdienst, dann hast du sehr, sehr viel Verantwortung und da ist es einfach wichtig, den geeigneten Kandidaten hinzusetzen, der dieser Verantwortung auch nachkommen kann, weil wenn er irgendwelche Fehler macht, dann hat das natürlich viel größere Auswirkungen, als wenn es jetzt auf nicht so einer qualifizierten Stelle ist. Und aus dem Grund bekommt man halt einfach mehr Gehalt mit einem höheren Abschluss, weil man natürlich auch höhere Stellenanforderungen erfüllen kann und andere Aufgaben erfüllen kann. Jetzt schauen wir uns mal an, wie man sich denn einfach weiterbildet. Wie du es schaffst, dich berufsbegleitend so weiterzubilden, dass es nicht schwierig wird, sondern einfach. Ja, das Geilste ist natürlich noch, wenn du diese Aufstiegsweiterbildung machst, das wird dann sogar staatlich gefördert. Ja, das heißt, du kriegst praktisch bei dieser Aufstiegsweiterbildung, die kostet einfach 100%, dann kriegst du die Hälfte über das AFBG gefördert, dann die andere Hälfte, die anderen 50% über den KfW und davon musst du dann die Hälfte zurückbezahlen. Also die Hälfte, ja, 25% hast du dann eigentlich als Eigenanteil, was du zurückbezahlen musst. Du kriegst aber noch in manchen Bundesländern eine Prämie neben diesem Ganzen hier nochmal von zwischen 1.000 Euro bis 4.000 Euro. Das hängt immer von dem Bundesland der Bayern zum Beispiel, zahlt 4.000 Euro Prämie, es gibt auch Bundesländer, die zahlen nur 2.000 oder 3.000 Euro Prämie und so kannst du dir einfach vorstellen, diese Weiterbildung finanziert sich von sich selber. Du kriegst diesen höheren Abschluss, kriegst, weil du diese Weiterbildung machst, erst mal noch Geld und dann kriegst du noch mehr Gehalt, ja, weil du diesen höheren Abschluss hast. Wir haben dazu auch mal ein Video veröffentlicht mit dem Entgeltatlas, mit einer Statistik, mit öffentlichen Gehaltszahlen. Kannst du dir hier mal angucken, können wir auch verlinken. Und das Tolle ist, du denkst, eine Weiterbildung ist schwierig, ist sehr aufwendig, das muss es gar nicht sein, schau dir einfach ein paar Videos von uns auf dem Kanal an, da wird nämlich unser Lernkonzept dir auch in anderen Videos vorgestellt. Schau das dir einfach an, mach dir einen Eindruck, ja, du kriegst bei uns ein richtig geiles Lernkonzept, zum Beispiel, wenn du auch in die Arbeit fährst, kannst du die Zeit nutzen über unsere Hörbücher. Ich sag mal, wenn du eine Weiterbildung über eineinhalb Jahre machst, zwei Jahre, fährst jeden Tag 20 Minuten in die Arbeit, 40 Minuten am Tag mal 5 Tage in der Woche sind 200 Minuten, jetzt machst du das 40 Arbeitswochen oder so, da kommt eine Haufen Anzahl an Stunden zusammen, wo du halt einfach nebenbei Hörbücher hören kannst, wo du die Sachen regelmäßig wiederholen kannst. Und so spart man sich halt extrem viel Zeit und ich hoffe, das Video hat dir gefallen, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, bis dahin, dein Patrick. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.